Hochbatterunum, in der Vollsanierung, volle Entkernung. Schönes großes Dielenbereich, im Garderobenbereich. Die Handwerker sind in der Vollentkernung, in der Vollsanierung. Was komplett entkernt, der Mieter hat natürlich ein paar Sachen noch hier gelassen, die wir auch nicht brauchen. Das dürfen wir die Verdienen entsorgen. Und die hat immer Miete bezahlt, ich weiß nicht, weil wir zwar eine schöne große Einzimmwohnung. In der Vollentkernung und Vollsanierung. Kleine Wohnküche. Kleine Wohnküche zum Wohnzimmer. Ein Zimmerwohnung in der Vollsanierung, in volle Entkernung. Hier kommt alles neu, alles raus, alles neu rein. Und dann kommt hier noch ein neues Duschbad rein. Und alles neu und kommt alles raus. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Danke schön und schön. Danke schön und schön. Danke schön. Vielen Dank.